Hi, mein Name ist Christian Danner. Ich bin ein Ex-Formel-1-Fahrer und ich freue mich natürlich unglaublich, dass ihr alle Interesse habt an meiner Sportart und deswegen macht alle mit bei F1 in Schools. Und ich bin mir sicher, den einen oder anderen von euch, den treffe ich dann auf der Rennstrecke oder vielleicht sogar als Sieger von F1 in Schools. Wir vergnügen!